Kleine Mickey Maus kommt auf einmal aus deinem Haus. Ich bin der Klaus und du bist gleich Maus. Yeah, pass mal auf, guck mal wer da kommt. Ich bin dieser Junge, der dich einfach mal zerbombt. Ich bin wieder da. Hurra, hurra, alles ist so wunderbar. Ich bin so ein Superstar. Guck mich an, ich komm mit Kai dem F und dieser Timo mit dem Gonzales Dress. Yes, wir sind so cool dabei. Ich bin jetzt dabei, ich kann diesen Style. Du bist nicht allein. Ich bleib dein Feind. Du bist nicht so nett. Ich will mit dir Sex. Mach doch mal den Dreck weg. Weißt du, was mich traurig macht? Zum Beispiel letztens, da war ich bei Harry Potter 7 drin, ne? Und dann war das jetzt vorbei. Ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Ey Kai, wie willst du eigentlich ein Album nennen? Heiligthema des Todes Teil 3? Weiß auch noch nicht. As-As-As-Lak-Stereotyp. Wir machen so, einer fängt an, Papa, was ist der daneben, geht und jetzt sagt, die zählen dann. Das ist der andere Land, wenn der mehr fährt. Okay. Also Timo und Kai machen jetzt das Abplatzspiel und wer verliert, muss einer alten Dame einen Heiratsantrag machen. Okay, okay. Also das ist so, ne? Ein Heiratsantrag? Ja. Also seid ihr beheben? Also das ist so. Am Ende will ich euch echt daten. Kai fängt jetzt an und denkt... Ja, aber ich hab doch jetzt dabei gelacht, das ist doch scheiße. Ja, machen wir nochmal neu. Timo und Kai machen jetzt das Abplatzspiel und wer verliert, muss einer alten... Jula! Wir lassen uns erst aus dem Bild und sie ist da alleine, Alter, und dann kommen wir wieder rein, okay? Nein, das ist doch schlimmer. Doch, das ist besser. Timo und Kai machen das Abplatzspiel und wer verliert, muss einer. Such. Ja, mach weiter. Timo und Kai machen das Abplatzspiel und wer verliert, muss einer alten Dame einen Heiratsantrag machen. Jula! Yeah! Okay, Kai fängt an. Wie geht das Spiel überhaupt? Du musst mich immer so hier gegen treffen. Okay. Sieht man das? Ja. Alles klar, okay. Kippe. Das ist ein Traum. 1 zu 0. Geil. Wann ist denn mal zu Ende in das Spiel überhaupt? Ja, wenn ich jetzt getroffen habe, hab ich schon gewonnen, weil du musst es mehrere... Ach, nein, 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 Jungs. Okay, sagen wir so, ja, derjenige, der das erste 5 Mal getroffen wurde, muss das machen. Ja, das ist besser. Mach doch mal neu. Timo und Kai machen das Abplatzspiel und wer verliert... Big turn! Kev und Lein machen das Abplatzspiel und wer verliert, muss einer alten Dame einen Heiratsantrag machen. Okay. Also der Erste, der 5 Mal getroffen hat, hat gewonnen. So, dann raus, vorbei. Round 1! Round 1, okay. Du bist so schlecht, ey. Du bist näher dran, Alter. Ey, guck mal, der Schummel kommt. Du hast mal geforst, Alter. Gar nicht, er fängt der Schummel. 1. 1-0 für Timo. Ey, näher! Geh mal weg, Alter, Gott. Näher. 2. 2-0 für Lein. Ey, du... Du kommst immer näher, Alter. Ja, weil da kommst du... 3. Nein, was? 2-0 für Lein. 2-0 für Lein. Der war! Der war! Der war! 3. 4-0 für Lein! Der war! Der war! Der war! Der war ganz knapp. Ja! Für Lein! Du! Der war ganz knapp. Das ist doch ein Rückbinder. Oh, das ist doch süß! Ich kann einfach nicht fersen sein. Oh, süß! Biss! Wo wollen die bitte hin? Ja, kommt mal jetzt, ne? Okay, wer... Wer packt die meisten Ratschläge? Los! Guck mal, die Julia macht immer noch weiter. Ey, mein Oberteil packt nicht voll! Ja, ja, hätt' ich auch gesagt. Wart, meint, was die gleichen Drehbund hat. Ja, ja. Wooh! Hehehe. Hör so nachvoll! Ha, ha! Ja! Kerst nicht!